Anton, kannst du dir zum Jahresausklang etwas Schöneres vorstellen, als über Covered Calls zu referieren? Wenn du es jetzt so sagst, Luis, nein, eigentlich nicht. Na dann, tun wir das. Herzlich willkommen zum Einkommensinvestoren-Podcast, der Podcast für Dividenden, Sofortrentner und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Luis Pazos, ich betreibe den Finanzblog nurbaresistwares.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen. Auch von mir herzlich willkommen zu unserem Format. Mein Name ist Anton Kneupe und ich betreibe den YouTube-Kanal Dividende, auf dem ich regelmäßig Beiträge für einkommensorientierte Anleger veröffentliche. Luis, was ist im November bei dir so passiert? Was gab es an News? Eine ganze Menge. Zwei Sachen sind besonders hervorzuheben aus meiner bescheidenen Warte. Die eine Sache ist, ich habe mir mal selber eine Weiterbildung gegönnt, passend zum heutigen Thema, nämlich im Bereich Derivate bzw. Optionen. Und zwar ein mehrteiliger Kurs, der live gehalten wurde von den Machern von Einfach-Optionen. Der Andreas Martens war ja auch zweimal bei mir bis jetzt im Interview. Und ich kann nur sagen, dass er wirklich methodisch-didaktisch ein Feuerwerk hervorragend aufbereitet. Mit viel Wissen, hoher Informationsdichte, auch was die praktische Umsetzung angeht. Also kann ich wirklich sagen, sehr empfehlenswert für all diejenigen, die sich für das Thema interessieren. Und ich glaube, im neuen Jahr werden die sicherlich neue Veranstaltungen auflegen. Für dieses Jahr war es das, wenn ich mich nicht täusche. Ansonsten einfach bei Einfach-Optionen auf der Seite vorbeigucken. Dann für die Einkommensinvestoren sicherlich eine etwas ernüchternde Nachricht. Und zwar habe ich Post bekommen von der Schweizer Swissquote. Und die habe ich darauf aufmerksam gemacht, dass es eine gesetzliche Änderung in den USA gibt. Und aufgrund dieser gesetzlichen Änderungen Limited Partnerships für Ausländer, sofern sie eben keine US-Steuernummer haben, nur noch sehr eingeschränkt, beziehungsweise für private Anleger de facto nicht mehr gehalten werden können. Und dementsprechend hat mich jetzt auch die Swissquote vor die Alternative gestellt, mir entweder eine Steuernummer zu beschaffen, also eine US-Steuernummer, was zur Folge gehabt hätte, dass ich dann auch in den USA regelmäßig eine Steuererklärung abzugeben hätte, beziehungsweise den Titel zu verkaufen oder sonst wohin zu übertragen. Das waren eben die drei Optionen. Und zwar betraf das noch nicht mal Einzelwerte, sondern jetzt kommt im Prinzip der Durchgriff. Es betraf den Allerian MLP ETF. Also eine Sammelanlage, die ausschließlich im Bereich der MLPs tätig ist. Also das wurde auch noch mal darauf hingewiesen. Ich habe mit denen dann auch noch mal telefoniert, dass das eben jetzt auch Werte betrifft, die also im Schwerpunkt zumindest diese MLPs im Portfolio halten. Also man kann sich über direkte Sammelanlagen, die diese Titel direkt im Bestand haben, nicht mehr an MLPs effizient beteiligen. Und ich habe das für mich jetzt folgendermaßen gelöst, hatte ich ja auch bei mir im Blog-Telegramm drinstehen. Ich habe den Titel veräußert und mir dafür eine UCITS-konforme ETF-Variante mit Domizil in Irland ins Portfolio gelegt. Von Invesco gibt es dort ein ETF. Ich glaube, mittlerweile gibt es vier Stück, die man so auf Extra-ETF oder Just-ETF auf den großen Suchplattformen findet. Und ich habe eben den größten genommen. Den hatte ich auch mal bei mir auf dem Blog vorgestellt. Und das ist eben ein Swap-basierter. Das heißt, er investiert gar nicht original in diese MLPs, sondern tauscht, ich weiß jetzt gar nicht, mit welcher Großbank das ist. Morgan Stanley, meine ich, war es. Die Rendite hält selber im Aktienportfolio und tauscht diese Rendite des Aktienportfolios via Swap mit einem entsprechenden Kontrapart in den USA und kann eben so die Steuerproblematik umgehen. Und das, finde ich, ist auch wiederum ein sehr schönes Beispiel dafür, welchen Vorteil teilweise eben Swap-basierte Vehikel haben können. Ansonsten, die technischen Daten sind relativ identisch zum Alerian MLP ETF. Das heißt, die Anzahl der Werte, die Ausschüttungshöhe bzw. Ausschüttungsrendite und auch die Ausschüttungshäufigkeit des Quartalsweise. Also von daher, ja, hat sich da nicht so viel getan inhaltlich mit Ausnahme des Swaps. Und ansonsten, ja, schaue ich mit meinem Sohn fleißig die Fußball-WM und besuche hier hin und wieder den Weihnachtsmarkt. Wie sieht es denn bei dir aus? Ja, die News mit den MLPs, die hatte mich tatsächlich auch überrascht. Umgekehrt war es dann aber doch nicht so überraschend, weil man, ja, die Steuern dort ja über Sammelanlagen doch sehr effizient optimieren konnte. Ich bin ja selbst nicht in einen klassischen reinen MLP-Fonds investiert, deswegen hat mich das jetzt nicht tangiert an der Stelle. Was gab es bei mir im November? Ich war Anfang November auf einem Kurztrip, auf einem Kurzurlaub in Bukarest. An sich schöne Stadt, darum geht es aber an der Stelle nicht. Ich habe natürlich, wie sich das gehört, auch mal die örtliche Börse aufgesucht, zumindest mal von außen. Die Bukarest Valore Stock Exchange. Im Anschluss habe ich auch mal online geschaut, was da so alles notiert ist. Und zu meiner Überraschung sind tatsächlich an der Bukarest Stock Exchange einige CEFs gelistet. Zumindest bezeichnen sie sich selbst als Closed End Funds. Ob das regulatorisch und strukturell gleichwertig ist mit den westlichen Produkten, das kann ich natürlich an der Stelle nicht sagen. Aber es hat mich sehr fasziniert, dass es in diesem nischigen Markt tatsächlich einige kapitalstarke, vermeintliche CEFs gibt. Hintergrund war hier tatsächlich die Privatisierungswelle in den 90er Jahren. Und ja, das war so mein kleines Investment-Highlight im November. Leider aber nicht investierbar. Ich habe mal bei CapTrader geschaut. Beispielsweise die Transsilvania Investments Alliance. Die ist leider nicht handelbar, was daran liegt, dass die Bukarest Stock Exchange nicht angeschlossen ist. Das ist jetzt aber keine Kritik an unserem Partner, sondern ich habe auch keinen anderen Broker entdecken können, wo die Börse im Programm ist. Das zu meinem kleinen Reisemitbringsel. Und dann wollte ich auch nochmal einen Punkt aufgreifen, der als Feedback zur letzten Podcast-Folge kam. Und zwar hatten wir in der letzten Podcast-Folge die Dividendenstrategie, die Einkommensstrategie, wie wir sie verfolgen, mit der weit verbreiteten Entsparstrategie, 4-Prozent-Regel, 3,5-Prozent-Regel. Das hatten wir miteinander verglichen. Und ein wesentlicher ausschlaggebender Punkt für uns war ja, dass die Dividendenstrategie, Einkommensstrategie eben mit wesentlich reduzierten Langlebigkeitsrisiken, Entsparrisiken einhergeht, weil man eben nicht zu tiefen Kursen dann laufend Anteile verkaufen muss. Und jetzt gab es aber tatsächlich mehrfach Feedback, dass sich das ganze Jahr nichts nimmt, weil ja durch die Dividende bei Zahlung ein Dividendenabschlag entsteht. Und das wollte ich ganz gerne nochmal ganz kurz aufgreifen, weil das zwar an sich richtig ist, es aber trotzdem am Ende ein Trugschluss ist, daraus zu schließen, dass die Einkommensstrategie aus Sicht der Langlebigkeitsrisiken keine Vorteile hat. Und zwar kann man sich das einfach mal so vorstellen, sagen wir mal, wir haben eine Brücke und die wird in einer Investmentgesellschaft verbrieft. Die Brücke, die erhält staatlich garantierte Einnahmen. Also wir haben es hier mit einem sehr sicheren Investment zu tun, sehr sichere Ertragslage. Und weil die Ertragslage so sicher sind, gehen wir auch mal davon aus, dass der Markt dem Ganzen immer denselben Wert beimisst. Und wenn wir jetzt so eine Brückeninvestmentgesellschaft an der Börse sehen würden und die Börse, die Gesellschaft erwirtschaftet Cashflows mit ihrer Brücke, zahlt die Cashflows meinetwegen quartalsweise aus, dann würden wir im Kurs das Folgende sehen, dass der Kurs immer hin zur Dividendenzahlung leicht ansteigt und dann bei Dividendenzahlung wieder aufs ursprüngliche Niveau zurückfällt, wenn der Wert der Brücke in sich selbst immer der gleiche wäre und die Börse das auch so bewerten würde. Heißt, wir würden immer ein leichtes Aufbauen im Kurs sehen und dann wieder ein Zurückfallen. Heißt, was wir sehen, ist eigentlich nicht, dass die Dividende im Kurs fehlt, sondern die Dividende, der Cashflow auf Beteiligungsebene, der wird erst eingepreist und dann wird er wieder ausgepreist. Das ist eben was anderes, als wenn ich einfach nur zum Ex-Dividendentag drauf schaue, dann fehlt es natürlich im Kurs, aber nur aus Sicht dieses Tages zu sagen, da würde was im Kurs fehlen, das greift zu kurz, nein, es wird erst eingepreist, dann wird es wieder ausgepreist, der Kapitalstock bleibt aber erhalten und das war mir wichtig, das an der Stelle nochmal aufzugreifen, weil wenn man diese Logik weiterführen würde, dass die Dividende ja im Kurs fehlt, dann könnte ja ein Unternehmen durch das Zahlen nachhaltiger Dividenden im Kurs auf Null fallen, wenn man der Logik folgt, aber davon habe ich noch nie gehört, dass ein Unternehmen durch nachhaltige Dividendenzahlungen im Kurs auf Null gesunken ist durch den Dividendenabschlag, das habe ich noch nie davon gehört und daran merkt man, die Dividende wird erst eingepreist, dann ausgepreist. Genau, das zu dem Punkt, Luis, ich würde sagen, wir führen jetzt unsere News und unser Feedback zur letzten Podcast-Folge gar nicht mehr weiter aus, sondern gehen direkt zur Folge über. Ja, in der heutigen Podcast-Folge widmen wir uns einer ganz besonderen Form der Sammelanlage, und zwar den Covered Call Fonds. Unter anderem werden wir die Funktionsweise dieser derivativen Strategie beleuchten, die Vor- und Nachteile klären und was es bei der Auswahl entsprechender Titel zu beachten gilt. Selbstverständlich wird auch diese Folge mit unseren beiden Hochdividendenwerten des Monats abgeschlossen. Doch bevor es losgeht, schildert Luis wie immer nochmal kurz das Angebot unseres Sponsors. Aber sicher das. Und auch zum Ende des Jahres 2022 ist unser Sponsor CupTrader, der Online-Broker mit Sitz in Düsseldorf und unsere persönliche Empfehlung für alle Einkommensinvestoren, die Wert legen auf. Ein kostenloses Depot, günstige Handelskonditionen und Zugang zu allen bedeutenden Weltbörsen. Der CupTrader bietet den Kunden durch die Anbindung an Interactive Brokers, eines der weltweit größten Brokerhäuser, die Möglichkeit, mehr als eine Million Wertpapiere an über 120 Börsenplätzen zu handeln. Unter anderem Covered Call Fonds. Ein weiterer Pluspunkt sind die äußerst niedrigen Gebühren, vor allem für den Handel an den für Einkommensinvestoren, interessanten Börsen in Australien, Kanada und den USA. Und so kostet eine Kleinorder an der New York Stock Exchange gerade einmal einen Cent pro Wertpapier, beziehungsweise mindestens zwei US-Dollar. Kosten für die Verbuchung von Dividenden fallen ebenso wenig an, wie laufende Depotgebühren. Damit können sich Anleger bei CupTrader selbst mit einer vergleichsweise niedrigen Einlage ein breit diversifiziertes Dividendenportfolio aufbauen. Aufgrund des Preis-Leistungs-Verhältnisses sind wir beide Kunde von CupTrader geworden und nach wie vor mit dem hervorragenden Service und den zahlreichen Report-Funktionen hoch zufrieden. Direkt zur Konto- und Depoteröffnung inklusive eines kleinen Geschenks unsererseits geht es über einkommensinvestoren.de. Okay, und damit kommen wir zum Hauptthema der Podcast-Folge. Anton, warum sind denn Covert-Call-Fonds deiner Meinung nach einen Blick wert, beziehungsweise sind sie einen Blick wert? Das ist ein guter Punkt zum Start, weil wieso heute in so ein Thema reinhören, wenn man gar nicht weiß, ob sich das überhaupt lohnen könnte. Und ja, es kann sich auf jeden Fall lohnen. Vor allem kann es sich für Anleger lohnen, die einen zusätzlichen Cashflow aus einem Aktienbestand generieren möchten, ohne Anteilsverkäufe. Das ist die Betonung. Zweitens kann es sich lohnen, wenn man Cashflow mit Aktien generieren möchte, die überhaupt keine Dividenden zahlen und die bisher dementsprechend überhaupt keinen Cashflow abgeworfen haben. Drittens kann es sich lohnen, wenn man als Anleger unkorridierte Einkommensströme erschließen möchte. Also wenn man nicht 1 zu 1 beispielsweise an Zinsen oder an Dividenden hängen möchte als Investor. Und viertens kann es sich lohnen, wenn man Drawdown und Volatilität begrenzen möchte. Das sind erstmal so die vier Punkte, warum das Ganze potenziell interessant sein könnte. Und bevor wir jetzt zu Covered Calls, beziehungsweise zur Covered Call-Strategie und den entsprechenden Fonds übergehen, Luis, vielleicht kannst du davor noch mal kurz einen kleinen Abriss darüber machen. Was sind eigentlich Optionen? Warum gibt es sie? Wozu werden sie genutzt? Und welche Arten gibt es? Ich denke, an der Stelle wäre ein kleiner Abriss sicher für viele hilfreich. Auf jeden Fall. Und das Interessanteste an Optionen beziehungsweise Terminmarktgeschäften, zu denen Optionen gehören, ist die Tatsache, dass sie tatsächlich älter sind als beispielsweise Aktien oder Anleihen. Wir finden solche Geschäfte schon in der Antike. Und an der Struktur hat sich auch bis heute grundlegend nichts geändert. Terminmärkte und damit auch der Optionshandel sind letztendlich Versicherungsgeschäfte. So kann man sie am besten charakterisieren. Und letztendlich geht es darum, eben Preisrisiken abzuwälzen. Also konkretes Beispiel. Anton, du hast eine Aktie A im Depot, die eben aktuell verbucht ist mit einem Kurs von 100 Dollar. Ja, und du sagst jetzt beispielsweise, ich möchte mein Risiko begrenzen. In dem Fall eben das Risiko, dass der Kurs zu doll zurückgeht. Ja, bis 90 Dollar, einen Kursrückgang halte ich noch aus. Das passt für mich noch, aber drunter soll es nicht gehen. Und wenn du dieses Risiko eben begrenzen möchtest, dann kannst du eben eine sogenannte Put-Option kaufen. Das heißt, du kaufst eine Versicherung gegen fallende Kurse. Was besagt diese Put-Option? Die Put-Option besagt, dass du während der Laufzeit der Option das Recht, aber nicht die Pflicht hast, jederzeit deine Aktie, in dem Fall eben für 90 Dollar, dem Verkäufer der Option, ja im wahrsten Sinne des Wortes, ins Portfolio oder ins Depot zu drücken. Das Ganze lohnt sich für dich logischerweise nur dann, wenn natürlich der Kurs der Aktie unter 90 Dollar sinkt. Sinkt der Kurs eben beispielsweise auf 80 Dollar, dann kannst du, dann fährst du eben nicht einen Buchverlust oder einen realisierten Verlust am Ende von 20 Dollar ein, sondern eben nur von 10, weil du eben die Option ziehen kannst. Da gibt es eben eine Funktion im Depot, wo du eben auf die Option klickst und dann auf Ausüben und dann wird eben ausgeübt. Das heißt, eine Option bezieht sich immer, oder bezieht sich in der Regel auf 100 Stück. Also ein Kontrakt bezieht sich auf 100 Aktien. Und dann kannst du mir 100 A-Aktien dann, wenn ich der Verkäufer der Option bin, ins Depot drücken. Das ist jetzt die Put-Seite. Das heißt, der Put ist eine so eine Verkaufsoption. Und wenn du eben eine Verkaufsoption kaufst, dann kannst du eben deine Aktien zum besagten Preis von eben beispielsweise 90 Dollar verkaufen. Jetzt kannst du dich aber auch gegen steigende Kurse absichern. Jetzt sag mal vielleicht auf den ersten Blick, na ja, gegen steigende Kurse absichern, das hört sich irgendwie ein bisschen skurril an. Wenn man mal überlegt, gerade wenn ich größere Vermögen verwalte, wo Zuflüsse zu bestimmten Zeiten erfolgen, ja, dann sieht das Ganze schon wieder anders aus. Denn tatsächlich ist es ja so, dass ich beispielsweise als Portfolio-Manager hier Überlegungen anstellen kann, dass momentan ich ein bestimmtes Wertpapier gerne aufnehmen würde zu dem Kurs, aber aktuell habe ich eben nicht die Mittel dazu. Die Mittel, weiß ich, aber fließen mir in beispielsweise zwei Monaten zu. Und ich möchte mir jetzt den Kurs der Aktie A von 100 Dollar sichern. Ja, das heißt, ich möchte das quasi das Risiko versichern, dass der Kurs nach oben ausbricht und dann auf 120, 130, 140 steigt. Und dann kann ich mir eben eine Call-Option kaufen. Und wenn ich mir eine Call-Option kaufe, dann kaufe ich eben das Recht, aber nicht die Pflicht, ja, von meinem Konterpart, also von demjenigen, der mir die Option verkauft hat, ja, eben pro Option, also pro Kontrakt, 100 Stück dieser A-Aktie abzurufen. Das heißt, die, wenn ich die Option ausübe, dann werden mir 100 Aktien, A-Aktien aus dem Depot desjenigen, der mir die Option verkauft hat, ja, in mein Depot gebucht. Im Gegenzug bekommt die Person dann eben 10.000 Dollar. Also 100 Dollar war ja der vereinbarte Preis. Und das Ganze eben bei 100, eben 10.000. Und das Interessante ist dann, wenn beispielsweise dann in zwei Monaten der Kurs der A-Aktie tatsächlich bei 140 steht, ja, dann habe ich schon einen schönen Buchverlust im, Entschuldigung, Buchgewinn natürlich im Portfolio drin. Ja, ich kann mir die, ich kann die Aktien abrufen für 100 Dollar. Der Marktpreis ist aber 140 Dollar, habe ich schon 40 Prozent gewinnen. Geht natürlich auch als Privatperson, ja, dieselbe Überlegung, wenn ich weiß, eine Lebensversicherung wird in drei Monaten fällig. Jetzt ist die Bewertung meines Erachtens des Aktienmarktes sehr günstig. Dann kann ich mir eben, ja, diese Bewertung durch den Kauf einer Call-Option sichern. Jetzt habe ich die ganze Zeit die Käuferseite betrachtet. Und wo ein Käufer ist, muss natürlich ein Verkäufer sein. Und dieser Verkäufer heißt bei Optionen eben der Stillhalter. Stillhalter deswegen, weil er stillhalten muss. Das heißt, der Käufer hat im wahrsten Sinne des Wortes die Option. Er kann ausüben, muss es aber nicht. Der Verkäufer aber, ja, der ist gezwungen, ja, wenn er ausgeübt wird, der Pflicht nachzukommen, also Aktien anzudienen bei einem Call oder Aktien in den Bestand zu übernehmen bei einem Put. Ja, und, ja, wenn nicht ausgeübt wird, dann eben, ja, passiert gar nichts für ihn. Ja, und er hat eben den Vorteil, er ist quasi der Versicherer, der Stillhalter. Ja, und wie immer bei Versicherungen, wenn ich mich gegen etwas versichern möchte, egal ob ich mich gegen steigende oder gegen das Risiko steigender Kurs oder fallender Kurse versichere, muss ich dafür eine Versicherungsprämie bezahlen. Das ist nicht anders als bei Kranken oder Haftpflichtversicherung oder Hausratversicherung. Und diese Versicherungsprämie ist eben die Optionsprämie. Und die kann eben der Stillhalter einnehmen. Und da sehen wir schon eben, in welche Richtung es geht. Eben in der Call-Richtung, Covered-Call-Fonds sind eben Fonds, die genau das ein Stück weit automatisiert haben. Das heißt, der Fonds sitzt auf Aktienbeständen und die Überlegung, die, ja, sich ja gerade so aufdrängt, gerade bei einkommensorientierten Strategien, ist hier natürlich, ja, wie kann ich hier, ja, meinen Cashflow erhöhen? Eben indem ich, ja, Covered-Calls, ja, das heißt also Calls verkaufe, ja, auf Aktien, die ich im Bestand habe, daher Covered, können wir gleich nochmal sicherlich zukommen. Und dadurch nehme ich eben laufend Versicherungsträmien ein. Gleichzeitig habe ich natürlich das Risiko, dass mir genau diese Titel dann gecalled werden. Ja, das heißt, dass eben der Käufer dieser Call-Optionen dann von Zeit zu Zeit, wenn es sich dann eben ökonomisch lohnt, diese Aktien zum vereinbarten Preis abkauft. So, das war jetzt mal ein ganz kleiner, kurzer Rundumschlag. Ja, allein zu dem einführenden Thema könnte man sicherlich zwei, drei Stunden referieren. Habe ich ja in der Vergangenheit auch schon gemacht. Aber ich denke mal, für unsere Zwecke sollte das als Informationsbasis ausreichen, oder? Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Ja, Luis, das fand ich für den Start auf jeden Fall vollständig und verständlich. Also beim Covered Call haben wir es damit zu tun, dass auf ein bestehendes Wertpapierportfolio laufend an einer regulierten Börse standardisierte Optionskontrakte geschrieben werden. Man versichert letzten Endes andere gegensteigende Kurse. hat selber daraus eine Optionsprämie. Auf der anderen Seite wieder Risiken. Das auch nochmal mit meinen Worten zusammengefasst. Von uns beiden bin ja ich beim Optionsthema nicht so tief drin. Ich beschäftige mich zwar relativ viel mit den Covered Call Fonds, aber beim Vokabular bist du deutlich fitter. Also falls ich heute mal Begriffe wie Strike und Moneyness und so weiter durcheinander haue, dann sehen es mir alle nach. Luis, wollen wir an der Stelle direkt mal zu den potenziellen Chancen einer solchen Strategie übergehen? Auf jeden Fall. Das steht ja auch im Fokus der besagten Covered Call Fonds und macht ja auch den Reiz dieser Fondsgattung oder Untergattung aus. Was sind deiner Meinung nach die größten Vorteile, wenn man sich jetzt einen Covered Call Fonds in den Bestand holt? Ich meine, du hältst ja auch einen, also einen, von dem ich persönlich weiß. Ja, das ist richtig. Also der große Vorteil ist, und da muss man natürlich dazu einschränkend sagen, wenn der Optionspart gut gemanagt wird, dass ich hier natürlich über Phasen, in denen auch vielleicht sonst keine Erträge anfallen oder dass ich vielleicht auch eine Wertpapierbasis habe, wo keine Erträge anfallen, weil das eben dividendenarme Titel sind, hier natürlich die Möglichkeit habe, über die Covered Calls, je nach Marktphase durchaus sehr attraktive Prämien zu erwirtschaften. Und ich habe nachher auch nochmal bei meinem Hochdividendenwert des Monats auch, um das vorwegzunehmen, mal so eine Bandbreite mit dabei über die Jahre. Also, aber selbst wenn man so eine Durchschnittsbetrachtung, also da kommt schon irgendwo zwischen 5 und 10 Prozent Prämie pro Jahr oder auf das Jahr auch gerechnet zusammen. Und den besonderen Reiz finde ich da natürlich, wie gesagt, dass ich dann auch mal Titel als Einkommensinvestor in den Bestand nehmen kann, die sonst wenig oder gar keine Dividende abwerfen. Trotzdem mein Portfolio weiter diversifizieren und ich dann trotzdem einen Ertrag erwirtschafte. Das Ganze funktioniert beispielsweise auch mit Vermögenswerten wie Gold oder Silber. Die kann ich ja auch veroptionieren. Und dadurch kann ich mir tatsächlich über einen Goldbestand im Depot trotzdem noch ein Einkommen erwirtschaften. Obwohl ja eben das Gold selber keinerlei Ertrag abwirft, mangels eben Konterpart. Und das ist natürlich der große, große Reiz. Man kann das Ganze natürlich als Anleger auch selber umsetzen. Das heißt, ich kann mir natürlich auch selber Aktien, ETFs oder Rohstoffe ins Portfolio legen und händisch veroptionieren. Aber ist natürlich ein gewisser Aufwand. Und wer das eben nicht möchte, kann hier natürlich auf einen Fonds zurückgreifen. Und ich denke mal, das ist so wirklich der Hauptvorteil, den diese Fonds bieten. Da bin ich ganz bei dir, Luis. Vor allem, dass man eben mit Covered Core beziehungsweise Covered Core Fonds einen laufenden Einkommensstrom erwirtschaften kann mit Titeln, die nichts, mit Positionen, die eigentlich nichts ausschütten, dass man da einen laufenden Einkommensstrom erwirtschaften kann ohne Anteilsverkäufe. Das macht auch für mich den wesentlichen Reiz aus. Ich meine, klar, man kann auch ein Portfolio aus Nestec 100 Aktien halten und man verkauft dann jedes Jahr 4% der Anteile. Dann sind wir aber wieder bei den Nachteilen von unserer letzten Folge, dass man dann zu den niedrigen Zeitpunkten, also kurstechnisch niedrigen Zeitpunkten im Bärenmarkt, dann muss man laufend Anteile verkaufen. Und das macht man ja beim Covered Core nicht. Also wenn ich ein Portfolio aus beispielsweise Nestec 100 Werten veroptioniere, hatten wir ja auch mal vorgestellt, hier meine ich, hast du, glaube ich, besprochen, den QQQX von New Wien. Wenn ich so ein Nestec 100 Aktienportfolio für optioniere, dann generiere ich eben auch in Abwärtsphasen, wo keinerlei Kursgewinne anfallen, generiere ich eben trotzdem ein nennenswertes Prämieneinkommen. Du hattest es auch schon angesprochen, das sind eben Dimensionen zwischen 5 und 10%. Unter Umständen auch mal ein bisschen mehr, wenn es gut läuft. Und man hat dann eben nicht zu diesen niedrigen Kursen dann Anteilsverkäufe, die sich laufend in den Kapitalstock reingraben. Und das schließt natürlich auch diesen psychologisch sehr unangenehmen Umstand mit aus. Also ich persönlich kann besser damit leben, wenn mein Nestec 100 Aktienportfolio für optioniert wird im Bärenmarkt, als wenn ich da laufend Anteilsverkäufe tätigen muss. Das ist natürlich aber auch kein Free Lunch und wir kommen dann auch noch zu den Risiken. Also wir haben es hier mit einem klassischen Trade-off zu tun zwischen den Chancen und Risiken. Aber gerade für Einkommensinvestoren halte ich das doch für sehr interessant, dass man hier eben einen laufenden Cashfollower wirtschaften kann ohne Anteilsverkäufe. Ich hatte mir auch noch mal ein paar andere Chancen und Risiken noch mal, vor allem erst mal Chancen herausgeschrieben von Covered Call beziehungsweise Covered Call Fonds. Zum einen ist es eben, dass die Einnahmen eben nicht an den Umsätzen oder unter den Gewinnen hängen. Wir sind auch nicht auf Kursgewinne angewiesen, sondern es sind ja andere Faktoren, wie beispielsweise die Volatilität, die in die Ertragslage mit reinspielen. Und das kann eben dazu führen, dass man unter Umständen in Phasen erhöhter Volatilität mit einem Covered Call Ansatz sogar steigende Erträge erwirtschaften kann. Also dass man bessere Erträge erwirtschaftet, wenn andere Anlagen möglicherweise sogar Probleme haben. Also Phasen erhöhter Volatilität gehen tendenziell mit sinkenden Unternehmensgewinnen einher, mit sinkenden Dividenden auch in der Tendenz. Das kann sich beim Covered Call, aber das kann da ganz anders aussehen, dass zumindest in den turbulenten Phasen eine gleichwertige oder möglicherweise sogar höhere Ertragslage vorherrscht. Das kann sein. Und was daraus eben auch, wo wir wieder hier bei einem Vorteil sind, natürlich kann es dann durchaus sein, dass dann nach der Krise, wenn dann die Volatilität auch mal wieder sinkt, dann kann es natürlich auch sein, dass die Einnahmen wieder sinken bei einem Covered Call Ansatz. Aber dadurch, dass man von der Volatilität ein Stück weit abhängig ist, haben wir die Möglichkeit, den Zeitpunkt, wo die Einnahmen zurückgehen, dass wir den verschieben können, beziehungsweise dass wir das eigene Portfolio so bestücken, dass in der Krise nicht alle Wertpapiere gleichzeitig die Zahlungen senken. Und Covered Call hat eben durchaus ermöglicht, natürlich je nach Strategie, je nach Ausrichtung, aber hat es in vielen Fällen ermöglichen können, dass 2008 und 2009 noch stabil gezahlt wurde, teilweise sogar erhöht wurde und häufig dann erst die Kürzung Ende 2009 oder Anfang 2010 eingesetzt hat, wo dann auch die Volatilität zurückging. Heißt, ja, es gab dann auch durch den Kursrückgang und den Volatilitätsrückgang gab es dann auch Einbußen, aber das war eben zu einem anderen Zeitpunkt und wenn man überlegt, dass man auch den Ausschüttungs-Drawdown im Gesamtdepot reduzieren möchte, halte ich das auch für sehr interessant, ja, Covered Call zumindest mal, dass man da mal drüber nachdenkt, ob man sowas ergänzen möchte. Ein anderer Punkt, der jetzt für mich nicht so wahnsinnig wichtig ist, ist die reduzierte NAV- und Gesamtrendite-Volatilität. Luis, kannst du dazu was sagen, dazu, wie Covered Call möglicherweise beim Glätten der Ergebnisse helfen kann? Ja, natürlich. Dadurch, dass du über diese Covered Calls Prämien einnimmst, kannst du natürlich auch etwaige Verluste des Portfolios besser abpuffern. Das heißt, tendenziell, wenn die Kurse mal in die Knie gehen, wird ein Covered Call Fonds gegenüber einem vergleichbaren Fonds, der keine Optionen hier schreibt, weniger Verlust machen. Im Gegenzug, aber da kommen wir sicherlich gleich nochmal bei den Risiken zu, wenn es mal wirklich stark bergauf geht, also die Kurse deutlich anziehen, dann wird es einem Covered Call Fonds häufiger passieren als einem Fonds, der keine Calls schreibt. Dem wird es nämlich gar nicht passieren, dass eben hier besonders stark gestiegene Aktien oder andere Wertpapiere aus dem Bestand eben gecallt werden. Ja, weil der Käufer der Optionen sich andienen lässt, weil die Kurse eben attraktiv sind, da starke Stiegen. Das heißt, das kompensierst du dann gegebenenfalls mit weniger starken Anstiegen, sodass zumindest in der Theorie das Ganze eben etwas mehr geglättet ist als bei einem Fonds, der keine Optionen nutzt. Und das ist ja zumindest auch ein valider Vorteil, selbst wenn das Ganze nicht outperformt. Ich finde, wir kennen ja auch unsere Anleger-Community. Theoretisch ist ja der Drawdown nicht so wichtig, aber praktisch macht es dann viele doch nervös. Und wenn man da das Ganze reduzieren kann, kann das ein Vorteil sein. Das ist persönlich jetzt aber nicht der Punkt, wieso ich sage, dass ich in Covered Call-Fonds investiere. Eine andere Chance von Covered Call ist natürlich auch, dass Covered Call tendenziell in Phasen steigender Zinsen profitieren kann. Die allermeisten Investments leiden darunter ja eher, also Aktien jetzt nackt gehalten und veroptioniert. Für die ist das in der Tendenz nicht förderlich ein steigendes Zinsniveau. In Kombination mit Covered Call kann man das zumindest ein Stück weit hatchen, steigende Zinsen, weil die Prämieneinnahmen, die Höhe der Prämie, die korreliert positiv mit dem Zinsumfeld. Heißt, man hat über Covered Call eine Möglichkeit, von Zinsanstiegen zu profitieren. Das ist natürlich auch im aktuellen Umfeld eine ganz, ganz angenehme Sache, dass da potenziell die Prämieneinnahmen steigen und damit auch die Ausschüttungen. Vorletzter Vorteil, vorletzte Chance von Covered Call ist natürlich auch, dass man in Phasen besonders hoher Dividendenrenditen profitieren kann. Die letzten Jahrzehnte waren ja tendenziell von niedrigen Dividendenrenditen geprägt, gab davor aber auch jahrzehntelang Zeiten hoher Dividendenrenditen. Und gerade in solchen Phasen kann sich Covered Call tendenziell sehr gut entwickeln, weil wenn viel vom Total Return aus der Dividende kommt, werden tendenziell weniger Optionen, gehen tendenziell weniger ins Geld. Luis, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgedrückt. Gegebenenfalls kannst du mich nochmal korrigieren. Ja, das stimmt. Dann tendenziell werden weniger Call-Optionen im Geld enden und daher ausgeübt werden. Im Gegenzug muss man aber natürlich sagen, dass in so einer Phase, wenn die Kursbewegungen nicht allzu dolle sind, natürlich dann auch die Volatilität sinkt und dann damit die einzunehmende Prämie. Weil das steht natürlich immer in ganz, ganz engem Zusammenhang. Hier greifen wir die Analogie zum Versicherungsmarkt. Wenn plötzlich die Risiken, nehmen wir an, für Wohngebäude aufgrund von prognostizierten Überschwemmungen oder Erdbeben oder was auch immer für Naturgewalten plötzlich steigen, dann steigen natürlich auch die Versicherungsprämien. Ich erinnere mich da an die Überschwemmungen hier im Oderbruch oder sonstige Katastrophenereignisse jetzt hier im Ahrtal. Das heißt, da werden natürlich in dem Zuge in den betroffenen Gebieten dann aufgrund der in dem Fall eben gestiegenen Volatilität, also sprich die Schadensereignisse häufen sich, dann eben die Prämien steigen. Und genau dasselbe passiert natürlich auch an den Wertpapiermärkten. Das heißt, in Phasen hoher Volatilität, also wenn die Kursschwankungen besonders hoch sind, dann steigen natürlich auch die Prämien nach oben, weil der Stillhalter ja mehr Risiko übernimmt. Weil das Risiko, dass am Ende eine solche Option, die er verkauft, ausgeübt wird, egal ob jetzt, weil die Kurse besonders schnell nach oben gehen oder besonders schnell nach unten, weil eben die Gesamtschwankungsbreite gestiegen ist und das möchte er natürlich ausgeglichen bekommen, der Stillhalter und dafür verlangt er dann höhere Prämien. Und umgekehrt, wenn die Zeiten recht langweilig sind und dann die Kurse vor sich her dümpeln, stagnieren, ja, das heißt, dann haben wir eben kein großes Risiko, ja, dann leben wir in besagten langweiligen Zeiten, Klammer auf, glücklichen Zeiten, Klammer zu, und dann sind die Prämien natürlich auch relativ niedrig. Ja, und das haben wir jetzt in den letzten Jahren ja immer sehr schön beobachten können. Wir hatten die höchste Volatilität, oder wir haben die höchste Volatilität gemessen im Februar 2020, ja, seit der Lehman-Pleite, ja, das ist jetzt so in meiner Lebensspanne, glaube ich, die höchste Volatilität, die ich da mal mitbekommen habe, als hier Lehman kollabiert ist und die zweithöchste war dann eben jetzt früher 2020 und dann eben ab Ende März, beziehungsweise Mitte März, glaube ich, dann schon, das war ja dann der Entscheid hier der Notenbanken, dann ist die Volatilität abgefallen, immer mehr, immer mehr, immer mehr, ja, sodass dann eben tatsächlich im Jahr 2021 vor allem dann auch, ja, die Stillhalter so ein bisschen zu knapsen hatten, weil eben die Prämienausbeute sehr, sehr gering war und erst jetzt 2022, ja, als, ja, die Kryptos und dann Tech-Aktien gekippt sind und dann der ganze restliche Aktienmarkt hinterher und wir jetzt in einer schönen Bass sind, ja, zumindest bis, ja, so Juli, August war die Volatilität relativ hoch, die Prämien an einem relativ hoch, die potenziellen, aber eben auch das Risiko relativ hoch und das hat sich auch mehrfach manifestiert. Ja, wir hatten ja so, ja, eine Bullenfalle mal zwischendurch, wo die Kurse dann spektakulär nach oben gegangen sind, kurz und dann wieder runter, ja, und jetzt momentan, ja, ist die Volatilität wieder etwas schwächer geworden und, ja, wir werden sehen, wie sich das dann im neuen Jahr entwickelt. Aber das ist ein ganz wichtiger Faktor, Anton, eben, ja, Risiko und Rendite hängt auch hier ganz, ganz eng zusammen, in dem Fall eben Schwankungsbreite gleich Volatilität und Prämieneinnahme. Das ist ein ganz wichtiger Punkt gewesen, Luis. Und abschließend nochmal zu den Chancen würde ich sagen, dass wirklich der große Vorteil jetzt neben dem, dass man mit Aktien, die eigentlich nichts ausschütten, einen Cashflow generieren kann, unabhängig davon ist daneben meines Erachtens der größte Vorteil, dass wir es eben wirklich nochmal mit einer ganz anderen Art regelmäßiger Einnahmen zu tun haben. Und vor allem haben wir es hier mit unkorrelierten Einnahmen zu tun. Das heißt, nicht automatisch negativ korreliert, aber wir hängen hier eben nicht automatisch an Kursrenditen oder Dividenden oder Unternehmensumsätzen. Und das ist nicht nur für Einkommensinvestoren potenziell interessant. Aber Luis, ich denke, das war es jetzt erstmal ausreichend mit den Chancen. Die Risiken, die sollen auf keinen Fall zu kurz kommen. Die sind ohne Zweifel vorhanden. Was ist denn da deines Erachtens der größte Punkt? Du hattest es, meine ich, gerade eben auch schon angeteasert. Das allergrößte Risiko für den Stillhalter in Covered Calls ist eben, dass ihm die Kursanstiege und zwar die heftigen Kursanstiege, die vielleicht auch Anstiege, mit denen der Stillhalter gar nicht gerechnet hat, logischerweise, sonst hätte er den Call ja höher angesetzt, dass die eben im wahrsten Sinne des Wortes eben weggecalled werden. Es wird mir also immer wieder als Stillhalter passieren, dass mir insbesondere die exorbitant gut laufenden Titel im Kurs davonlaufen und ich dann Aktien oder Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte abgeben muss zu einem Kurs, der eben deutlich unter dem aktuellen Marktkurs liegt und im Prinzip so einen, wie soll man sagen, indirekten Buchverlust, wenn man so möchte, erleide, also hohe Opportunitätskosten habe. Das sehe ich auch als größten Risikopunkt und ich würde den in der Tat nochmal in zwei Einzelrisiken aufteilen. Also wir haben ja das Risiko, Kursgewinne zu verpassen, dass die uns möglicherweise weggecord werden. Das kann zum einen natürlich im ausgeprägten Bullenmarkt passieren, dass wir dann underperformen, wie jetzt in den letzten zwölf Jahren mehr oder weniger mit zwischendrin Unterbrechungen. Aber im Großen und Ganzen hatten wir es ja mit einem ausgeprägten Bullenmarkt zu tun. Und das hat auch in vielen Fällen dazu geführt, dass entsprechende Strategien underperformed haben, dass die schlechter performt haben als eine unveroptionierte Benchmark. Es war nicht immer so, beispielsweise die zwei Mischstrategien, Closed End Funds, die auch mit Optionen arbeiten, der BOE, der BlackRock Utilities Infrastructure and Power Opportunities Trust und der BlackRock Health Sciences Trust, beides CEFs mit relativ konservativer Covered Call Strategie. Die haben ihre unveroptionierte Benchmark sogar outperformed, trotz höherer Kosten. Also man kann gar nicht unbedingt pauschal sagen, dass die immer im Bullenmarkt underperformen. Aber natürlich sehen wir eine Tendenz, dass, wenn die Kurse sehr, sehr gut laufen, dass man dann schlechter performt als Stillhalter mit Covered Call. Das ist so das eine Risiko, was sich aus dem Verpassen von Kursgewinnen ergibt. Das halte ich persönlich aber noch für das relativ gut vertretbare Risiko. Also in der Praxis hieß das ja jetzt in den letzten Jahren, dass man mit einem S&P 500 unveroptionierten Portfolio hat man vielleicht 13% pro Jahr gemacht. Das ist jetzt einfach nur eine Zahl aus der Luft gegriffen. Und mit einem veroptionierten Portfolio hat man vielleicht 11% gemacht. Also wir haben schon eine nennenswerte Renditedifferenz, aber die Performance war ja immer noch sehr, sehr gut bei niedrigerer Volatilität wohlgemerkt. Das ist so das eine, das viel größere Risiko, was sich aus dem Verpassen von Kursgewinnen ergibt, ist ja aber tatsächlich das Risiko starker Kursverluste, insbesondere dann Kursverluste, wenn es kurstechnisch sehr tief geht, 40% Verlust, 50, 60% Kursverlust. Wenn dann da unten auch erst mal die Kurse stagnieren auf dem tiefen Niveau, wie wir es auch in der Finanzkrise gesehen haben, Shutdown Crash war ja, da hatten wir ja auch einen Kursverlust von 35, teilweise 40%. Da waren die Kurse aber nicht lange auf dem niedrigen Niveau. Heißt, da unten konnten auch nicht viel Covered Calls geschrieben werden im Shutdown Crash. In der Finanzkrise, da hatten wir sehr lange, also relativ lange diese niedrigen Niveaus. Heißt, da konnten fleißig Optionen geschrieben werden am niedrigsten Punkt und anschließend hat man diese sehr wichtige Erholungsbewegung, aber dann je nachdem, je nachdem, wie man es ausgerichtet hat, eben nicht voll mitnehmen können. Gute Fonds, die waren davon nicht betroffen, konnten teilweise sogar gestärkt daraus hervorgehen. Viele hatten aber dann in der Tat Probleme und konnten sich entweder nur langsam von den schweren Verlusten in der Finanzkrise erholen oder teilweise auch gar nicht. Da war schon ein klarer Trend sichtbar, dass je aggressiver die Optionsstrategie war, und da können wir vielleicht auch nachher noch mal darauf eingehen, was ist eher aggressiv, was ist eher defensiv beim Covered Call, je aggressiver die Covered Call-Strategie war, desto schlechter war die Erholung nach der Finanzkrise. Und wie du es auch schon gesagt hast, Luis, also wir haben es natürlich nicht direkt mit einem Verlust zu tun, weil wir ja eigentlich nur Gewinne verpassen, aber indirekt ist das dann ein Buchverlust, wenn wir die Aufholungsgewinne verpassen und dementsprechend nicht wieder mit hochkommen. Das ist, würde ich sagen, das allergrößte Risiko beim Covered Call, sich nicht mehr komplett zu erholen. Und dann, wenn die Benchmark schon wieder auf Break-Even ist, dass man dann selbst noch bei 75 Prozent ist. Also das ist schon nennenswert, das ist auch öfter vorgekommen. Und das Worst-Case-Szenario für Covered Call wäre tatsächlich so was wie Finanzkrise, also starke Kursverluste, unten ein paar Monate Zeit, sodass fleißig Optionen geschrieben werden können, dann wieder Anstieg und dann nochmal dasselbe und vielleicht auch nochmal ein drittes Mal, also mehrfache starke Verluste und dann wieder Aufholungsbewegung und am besten noch die Aufholungsbewegung sehr schnell, sodass man häufig weggecalled wird. Also das ist, denke ich, das Worst-Case-Szenario heißt, obwohl man eigentlich nicht direkt von Kursgewinnen abhängig ist, hat man trotzdem ein gewisses Kursbewegungsrisiko, weil man ja am Ende Kursbewegungen versichert. Luis, hast du an der Stelle noch ein Risiko zu ergänzen oder wollen wir vielleicht schon zu den historischen Ergebnissen übergehen? Also dieses Muster, dieses Sägezahnmuster, das hast du sehr schön beschrieben und das ist tatsächlich so ein bisschen der Horror aller Stillhalter. Darüber hinaus und eng miteinander verbunden ist noch ein weiteres Risiko und das können wir tatsächlich aktiv gar nicht beeinflussen und das ist das Managementrisiko, weil es wird ganz, ganz entscheidend davon abhängen, die Entwicklung eines Covered-Call-Fonds, wie das Management eine Covered-Call-Strategie umsetzt. Und ich weiß aus mannigfaltiger Erfahrung und Rückrechnung, dass es tatsächlich gar nicht so einfach ist, eine gut funktionierende Covered-Call-Strategie zu entwickeln und dann auch wirklich umzusetzen. Tatsächlich ist das eben im Gegensatz dazu auf der Putz-Seite wesentlich einfacher und das liegt eben einfach darin auch begründet, dass, wie du ja gesagt hast, die Kurse ja doch über die letzten Jahrhunderte im Schnitt eben gestiegen sind und das Ganze auch statistisch jetzt beim S&P beispielsweise in zwei Drittel der Zeit, während eben in ein Drittel der Zeit tendenziell eher gefallen. Das heißt, wir haben hier eine Verzerrung zugunsten steigender Kurse und das macht natürlich eine Covered-Call-Strategie in so einem Umfeld, in so einem Makro-Umfeld mit einer Tendenz zum Bullenmarkt schwerer umzusetzen als eben eine Putz-Strategie. Und es gibt eben auch viele Covered-Call-Fonds, die das nicht so gut gelöst haben. Also hier auch ganz klar der Punkt, Management-Risiko gilt letztendlich dann auch sogar für Covered-Call-ETFs, weil auch dort, wo es automatisiert ist, wenn es eben eine schlecht automatisierte Strategie ist, dann wird es eben auch schlechte Ergebnisse liefern. Darf ich da noch mal kurz einhaken, Luis, bevor wir zu den historischen Ergebnissen übergehen? Da hast du absolut recht mit den Rückrechnungsergebnissen. Und gerade wenn man jetzt versucht, in den letzten 15 Jahren eine solide Covered-Call-Strategie zu basteln, zumindest im Backtest, das ist in der Tat gar nicht so einfach. Dazu muss man aber dann auch ergänzen, dass die letzten zehn Jahre nicht die Zeit für Covered-Call waren. Das war sogar eine ausgesprochen schlechte Zeit. Wir hatten extrem hohe Kursrenditen, im Gegenzug sehr niedrige Zinsen. Heißt, die Optionsprämien waren historisch betrachtet, zumindest das, was ich recherchiert habe, waren die relativ niedrig. Hohe Kursrendite, häufiges Verpassen von Kursgewinnen. Umgekehrt, das, was die Rendite häufig bringt, die Optionsprämien, die waren unterdurchschnittlich in den letzten zehn Jahren. Gleichzeitig hatten wir nicht wahnsinnig viel Volatilität. Gerade 2017 war ja auch so ein herrliches Jahr als Buy-and-Hold-Investor. Aber für Covered-Call meine ich nicht so wahnsinnig besonders gut. Also die letzten zehn Jahre, die würde ich, obwohl ich dir beipflichte, nicht als Benchmark generell nutzen, ob Covered-Call sinnvoll ist oder nicht. Weil mich das aber auch generell interessiert hat, wie sich das im historischen Vergleich entwickelt hat, auch unter bestimmten Außenbedingungen, die dann einen Einfluss haben unter verschiedenen Zinsniveaus, unter verschiedenen Kursentwicklungen, wie sich das Ganze dann verhalten hat gegen eine unveroptionierte Benchmark. Deswegen habe ich auch noch mal ein bisschen geschaut in die Vergangenheit und habe dafür mal den CBOE, also Chicago Board of Option Exchange, meine ich. Luis springe ein, falls es nicht stimmt. Den CBOE S&P 500 Buy-Write-Index, den habe ich mal exemplarisch gegen den Spider S&P 500 laufen lassen. Ich weiß, das ist ein etwas hinkender Vergleich, praktisch umgesetztes Produkt versus ein berechneter Index. Aber es geht ja um die grobe Aussage und nicht um Nachkommastellen heute. Und zwar der Total Return Vergleich von Index versus ETF, der hat ergeben, die Daten gibt es leider erst seit 1990, aber ist trotzdem interessant. Es hat ergeben, dass von 1990 bis 2000 hatten wir ziemlich genau bis 2000 gesehen, dass der Spider S&P 500, also die unveroptionierte Benchmark, eine klare Outperformance geliefert hat. Das war ein nennenswerter Renditeunterschied. Klar, die 90er Jahre, die waren ein sehr gutes Jahrzehnt. Von 2000 bis Mitte 2013 hat dann tatsächlich der Buy-Write-Index outperformed, also etwa 13 Jahre lang outperformed. Das veroptionierte Portfolio, was man sich zumindest so erklären kann, die Zinsen waren deutlich erhöht, noch von 2000 bis 2013, deutlich höher als, wie wir es jetzt in den letzten 10 Jahren hatten. Heißt, die Optionsprämien waren relativ attraktiv, die Volatilität, die war relativ attraktiv. Gleichzeitig hatten wir erst mal einen schönen Bärenmarkt, sodass man keinerlei Call-Verluste hatte, laufend Prämien eingenommen hatte. Das Ganze dann noch mal sehr ähnlich in der Finanzkrise, laufende Prämien einnahmen und dementsprechend Potenzial Outperformance zu liefern, bei gar nicht so niedrigen Zinsen. Bis 2013 hat da der Vorsprung angehalten und jetzt in den letzten Jahren war natürlich Megabullenmarkt bei niedrigen Zinsen, relativ niedriger Volatilität, war kein optimales Umfeld für Covered Call. Seit 2013 hat dann das unveroptionierte Portfolio wieder besser performt. Seit Jahresbeginn 2022 liegt der BXM-Index wieder leicht vorne. Ist klar, das war jetzt ein vom Bärenmarkt geprägtes Jahr. Jetzt liegt der wieder leicht vorne. In Summe sind sie gar nicht so weit voneinander entfernt, aber durch den Bullenmarkt seit der Finanzkrise hat der unveroptionierte S&P 500, der hat sich eine jährliche Outperformance von etwa einem Prozent erarbeitet, zugegeben bei höheren Drawdowns, höherer Volatilität. Der Total Return Drawdown beim BXM, der lag in der Finanzkrise und im Dotcom-Crash in der Finanzkrise und im Dotcom-Crash lag der Total Return Drawdown nur bei etwa einem Drittel, wohingegen der S&P 500 jeweils um etwa 50 Prozent im Total Return gefallen ist. Also eine aktienähnliche Performance bei nennenswert reduziertem Drawdown. Was man auf jeden Fall daraus schließen kann, ist, dass der weit verbreitete Mythos, dass man mit Covered Call, dass man da eine Zusatzrendite generiert und dass man damit die Portfolio-Rendite nennenswert erhöhen kann, dieser Mythos, der stimmt einfach nicht. Das ist nicht wahr. Hört man immer wieder, gerade auf YouTube ist das auch beliebt, dass man da einen Mehrertrag generiert. Rein statistisch stimmt das nicht. Aber es hat eben, und das finde ich auch gerade so interessant, für mich in meiner privaten Strategie, weil ich möchte ja nicht Recht haben, ich möchte auch nicht die beste Rendite von allen Investoren erwirtschaften, sondern ich möchte einfach, egal was passiert, egal zu welchen Szenarien es kommt, ich möchte immer solide Ergebnisse erwirtschaften, primär in Form hoher Ausschüttungen. Und da finde ich es so schön, dass man bei Covered Call durchaus eine eigene Zyklik erkennt, die von verschiedenen Szenarien abhängig ist, von verschiedenen Einflussfaktoren abhängig ist. Und noch ein kleiner Auswertungspunkt zur Historie, da gab es leider keinen Index zu dem Zeitpunkt. In den 70er Jahren gab es noch keinen Index, aber einige Quellen haben darauf hingedeutet, dass das ein geniales Jahrzehnt für Covered Call gewesen sei damals. Da gab es ja, meine ich, die standardisierten Optionen in Amerika, gab es da noch nicht oder noch nicht in der Form, hatte ich da zumindest gelesen. Und das soll sehr gut gewesen sein, weil kein Bullenmarkt, hohe Dividendenrenditen, also viel vom Total Return, vom nicht guten Total Return, aber viel von dem, was es gab, kam aus der Dividendenrendite, relativ hohe Zinsen. Und in Summe soll das ein sehr gutes Jahrzehnt gewesen sein für Covered Call, gerade wenn man daran denkt, was auch immer mal wieder passieren kann in der Welt. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es nochmal zu Zeiten wie den 70ern oder zu Zeiten wie den 2000er kommen wird und da eine Strategie zu haben, die da potenziell profitieren kann oder weniger stark leidet, das finde ich persönlich sehr interessant, aber können wir ja gerne auch nochmal darauf eingehen, ja, dazu, wie wir das Ganze dann nutzen. Luis, was gibt es denn steuerrechtlich bei Covered Call Fonds zu beachten? Gibt es da überhaupt was zu beachten? Tatsächlich haben vor allem die US-amerikanischen Covered Call Fonds einen Haken, was europäische Anleger angeht. Also erstmal aus steuerrechtlicher Sicht ist ein Covered Call Fonds für Europäer nicht anders zu behandeln, als ein anderer ausländischer Closed-End-Fund oder ETF. Das heißt, alles, was da ausgeschüttet wird, wird entsprechend hier in Deutschland abzüglich der Quellensteuer, eben der Abgeltungssteuer unterworfen, genauso wie eben Dividenden. Das spielt dann keine Rolle. Das heißt, eine Aufsplittung der Erträge nach Quellen spielt ja für uns hier in Deutschland oder ist für uns hier in Deutschland kein Thema. Anders sieht es allerdings in den USA aus und das ist ja auch der Grund dafür, dass diese Dividendenausweise, wie wir sie kennen von US-amerikanischen Gesellschaften oder Fonds, ja unterteilt werden, in verschiedene Komponenten, nämlich Dividenden, Zinsen, Kapitalgewinne oder eben der Kapitalrückzahlungsanteil, der Return of Capital. Und das ist natürlich steuerrechtlich bedingt, weil in den USA die unterschiedlichen Komponenten unterschiedlich besteuert werden. Und das gilt eben auch für, durch einen Fonds vereinnahmte und ausgeschüttete Optionsprämien. Und die Besonderheit hierbei ist, dass diese tatsächlich ja steuerfrei gestellt sind. Allerdings eben nur für die Amerikaner, für die diese Unterscheidung eben bedeutsam ist. Ja, das heißt natürlich, ja, dass im Gegensatz zu beispielsweise Dividenden, Zinsen oder Kursgewinnen diese Prämien steuerrechtlich privilegiert sind. Ja, und dementsprechend, dass natürlich die US-amerikanischen Covered-Call-Fonds und ETFs ja, einer entsprechenden, sagen wir mal, Rendite-Risiko-Verzerrung aus europäischer Sicht unterlegen, indem sie eben, ja, versuchen, vermehrt Optionsprämien eben einzunehmen, gegebenenfalls auch zu Lasten von Kursgewinnen und Dividendenerträgen, um eben mehr steuerfrei ausschüttbare Erträge zu generieren, die natürlich wiederum beim Publikum ja, besonders gut ankommen. Ja, dann ist es ja nicht nur so, dass der Steuerspartrieb bei uns Deutschen besonders ausgeprägt ist, sondern in den Übersee auch. Ja, und das wiederum erklärt eben, ja, dass es eben viele Covered-Call-Fonds gibt, die ja eben sehr aggressiv die Covered-Calls schreiben. Das heißt, dass die Covered-Call-Fonds, ja, die Ausübungskurse ja, ihrer Calls sehr nah ja, beim aktuellen Marktkurs platzieren, ja, und somit natürlich sehr häufig oder sehr schnell der Gefahr unterliegen, dass diese Werte auch gecallt werden, ja. Anton, ich hatte ja vorhin das Beispiel gesagt, ja, du möchtest dich, ja, absichern, ja, was beispielsweise die A-Aktie geht, die notiert momentan bei 100 Dollar, ja, und du möchtest dir das jetzige eben Kursniveau sichern, ja, und dann, wenn du natürlich dann einen Fonds beispielsweise findest, der, der einen solchen Covered Call schreibt beim Kursniveau 100, ja, dann muss die Aktie ja nur eben auf 101 Dollar steigen, damit sich das Ausüben lohnt, ja, abzüglich Transaktionskosten, ja, so, und genau das machen eben diese Fonds, ja, anstatt eben, ja, den Call zu platzieren bei einem Kursniveau von 105 oder 110, ja, so dass du noch einen Puffer nach oben hast, ja, und in der Laufzeit vielleicht doch nicht so schnell ausgewürzt, gibt es sogar zahlreiche Fonds, die eben das, den Ausübungskurs sogar im Geld platzieren, das heißt teilweise sogar, aufs Beispiel gesehen, unterhalb des Kurses von 100, ja, und das führt natürlich dann dazu, dass überdurchschnittlich häufig, ja, bei so einer aggressiven beziehungsweise aus Sicht des, aus Sicht der Opportunitätskosten teuren Strategie, ja, eben die Papiere häufig gecallt werden und das ist sogar unterm Strich für Amerikaner, ja, nach Steuern, ja, günstiger, ja, als wenn sie eben diese Kursgewinne mitnehmen würden, aber für uns Europäer eben nicht und das ist eben eine, ja, Besonderheit dieser Subfondsgattung, die es unbedingt eben zu beachten gilt, weil sie auch die, ja, schlechte Performance dann eben vieler Kavad-Call-Fonds erklärt und ich hoffe auch diese Erläuterung steuerrechtlicher Natur war soweit nachvollziehbar. Die war soweit nachvollziehbar, Luis, absolut wichtige Punkte, einige Fonds mit entsprechendem Ansatz werben sogar gezielt damit, dass man Tax-Managed oder Tax-Advantaged ist, und da versucht man eben genau dann das zu erreichen, häufig auf Kosten des Gesamtertrags, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, weil wenn schon Tax-Managed im steht, dann bin ich meistens schon direkt skeptisch. Ich meine, du hast insgesamt auch den Return of Capital angespielt, der hat bei uns natürlich nicht eine generelle Steuerfreiheit, sondern unter Umständen nur eine steuerstundende Wirkung, sehr wichtiger Punkt. Du hattest jetzt auch schon mehr oder weniger durch die Kritik an den sehr aggressiven Strategien, hast du eigentlich auch schon eigentlich schön zu den Auswahlkriterien übergeleitet. Luis, was sind denn deine Auswahlkriterien für Covered Call Fonds? Woran kann ich die eher besseren von den eher problematischen unterscheiden? Woran kann ich das erkennen? Ich selber greife ja nur äußerst dosiert auf Covered Call Fonds zurück. Wie du richtig angemerkt hast, habe ich nur einen einzigen überhaupt im Bestand und das ist der besprochene von New Wien mit dem Kürzel QQQX, den haben wir in Folge 34 zu den mentalen Fallstricken ausführlich besprochen und hier ist eben der Hintergrund erstens, ich habe damit die Möglichkeit den Bereich Tech abzudecken, also Technologiewerte und zweitens ist es auch einer der wenigen, die auf lange Sicht tatsächlich auch hier mit dem schnöden Spider S&P 500 ETF durchaus konkurrieren konnten und tatsächlich wäre das ein Maßstab für mich oder war es in dem Fall auch, eben zu gucken, wie ist die Langfrist Rendite und zwar über idealerweise mehrere Marktphasen hinweg, um auch zu schauen, kommt so ein Fonds nach einem Kurs Knick wieder auf die Beine, also nach oben oder schaffen die es nicht, zum Beispiel weil eben zu aggressiv Covered Calls geschrieben werden und dadurch eben die ganze Aufwärtsbewegung quasi verpufft und eben auch nicht durch Prämien Einnahmen, die natürlich relativ hoch sind, weil eben nah am Kurs oder weil eben aggressiv geschrieben kompensiert werden können und tatsächlich wäre so ein Langfristvergleich für mich ein Hauptkriterium da zu schauen, naja, wie sind die diesbezüglich aufgestellt und so ein bisschen eben der Vergleich mit einem Fonds, der im Prinzip einen ähnlichen Bestand hält, aber eben keine Covered Call Strategie fährt und das so ein bisschen nebeneinander gestellt und wenn die durchaus vergleichbar sind, dann ist es vertretbar, sich auf den Covered Call Fonds zurückzugreifen als im Prinzip hoch ausschüttende Variante eines nicht veroptionierten Portfolios bei letztendlich ähnlicher Gesamtperformance und wie gesagt, Anton, du hast ja gesagt, wenn schon im Prospekt drinsteht, dass das Ganze eben steueroptimiert ist, dann heißt das steueroptimiert für Amerikaner, da hat das auch seine Berechtigung, die können dann natürlich viel, viel besser damit leben, für uns Europäer ist das immer grundsätzlich schlecht, also das wäre schon für mich mal so ein Killer-Kriterium und was man sich dann auch noch anschauen kann, ist natürlich, da muss man natürlich so ein bisschen in der Materie drinstecken, einfach zu schauen, naja, wie genau setzen die eben die Strategie um, ein Kriterium ist beispielsweise, welcher Anteil des Portfolios wird denn überhaupt veroptioniert, also meinetwegen 20%, ein Drittel, die Hälfte komplett, das variiert auch sehr, steht in der Regel im Fonds Prospekt und wie genau wird das Ganze umgesetzt, letztendlich in all den Fällen, in denen das Management freie Hand hat und es gibt tatsächlich auch viele Covered Call ETFs, die eben aktiv gemanagt werden, weil eben der Optionsansatz hier nicht komplett maschinell abgewickelt wird, dann ist man natürlich so ein Stück weit in der Hand des Managements, das heißt hier kann man natürlich auch regelmäßig mal nachschauen, hat das Management gewechselt und wenn es gewechselt hat, dann würde ich die Augen besonders aufhalten, um zu schauen, ob sich da in der Strategie etwas ändert, habe ich tatsächlich mal so ein ETF, die automatisiert eine Optionsstrategie handelt, also komplett automatisiert, die sich über lange Distanzen bewährt hat, dann kann man da auch meines Erachtens Überlegungen anstellen, sich diesen ETF ins Portfolio zu holen. Insgesamt, wie gesagt, hat das Ganze für mich persönlich nicht so die Bedeutung, weil ich ja Optionen ohnehin handele, dann brauche ich nicht unbedingt dann auch die entsprechenden Titel im Portfolio. Wie sieht es denn bei dir aus? Was legst du denn da für Kriterien an? Noch mal kurz als Ergänzung zu deinem ersten Punkt. Ich finde auch den Vergleich mit einer passend gewählten Benchmark durchaus interessant. Ich finde den beispielsweise beim BUI oder beim BME fand ich das auch auf jeden Fall aufschlussreich. Ich würde den auch nicht zu sehr überbewerten, den Backtest, weil die Backtest-Möglichkeiten ja insgesamt begrenzt sind mit existierenden Fonds. Also ich meine, es gibt keinen Covered-Call-Fonds, der auch explizit das hauptsächlich macht. Ich meine, da gibt es keinen, der über 20 Jahre alt ist. Berichtige mich gerne, wenn du da einen kennst. Ich kenne keinen. Heißt, wir haben vor allem es mit Fonds zu tun, die auf einem zyklischen Hoch für Covered-Call emittiert wurden, so wie es ganz häufig ist. Ich meine, wann wurde der Hypnosis-Songs-Fonds emittiert? Der wurde nach acht guten Jahren für Songrechte imittiert und wann wurden Covered-Call-Fonds abgelegt? Natürlich dann, wenn das gut lief und 10x-DNA wurde aufgelegt, als ein zykluses Hoch bei Tech-Werten war und als viele Covered-Core-Fonds emittiert wurden, da hatten wir es mit guten Jahren nach dem Dotcom-Crash zu tun und wie schon gesagt, die letzten zehn Jahre waren dann wieder nicht so gut. Heißt, Backtest kann man machen, ist auf jeden Fall ein Bewertungskriterium und wenn man dauerhaft deutlich schlechter performt, dann wäre das für mich auch ein absolutes Warnsignal. Ich würde es aber auch nicht überbewerten, weil es, wie gesagt, keine gute Zeit für Covered-Call war. Generell macht es natürlich, wenn man jetzt nicht, also wenn man Lust hat, sich das ganz im Detail anzusehen, die Strategie, dann macht es schon Sinn, zu überlegen, ob Basiswerte mit dem Grad der Veroptionierung und der Money-Nest zusammenpassen, also der Geldnähe und das Ganze sollte natürlich auch irgendwie mit den Laufzeiten zusammenpassen. Also es ist durchaus ein hoher Veroptionierungsgrad denkbar, wenn die Optionen nicht sehr nah am Geld sind. Umgekehrt sind natürlich auch, ja, ist eine hohe Laufzeit tolerierbar, wenn die Optionen nicht sehr nah am Geld geschrieben werden, aber das sollte schon eine passende Gesamtmischung sein, hohe Laufzeit bei hohem Veroptionierungsgrad, bei hoher Geldnähe, das ist natürlich aggressiv und es muss am Ende auch mit den Basiswerten zusammenpassen, bei eher schwankungsarmen Anlagen, die viel seitwärts laufen, Versorgerwerte, teilweise auch Gesundheitswerte, da sind natürlich andere Optionsstrategien denkbar, als bei zyklischen Sektoren, bei Rohstoff Investments, bei Energiewerten, es kommt da wirklich klar aufs Underlying an und bei Rohstoff und Energiewerten haben wir ganz häufig diese Zackenbewegung, die da, wenn man immer nach Schema F agiert, die da durchaus problematisch werden kann. Luis, du hattest auch Management und Index rausgepickt nochmal als Auswahlkriterien. Ich persönlich bin ja in dem Bereich ein großer Freund von aktivem Management, weil der aktive Manager, der kann eben im Zweifel mal entscheiden, dass Prämien zurückgehalten werden müssen, um verpasste Kurserholungen auszugleichen. Da besteht die Möglichkeit, die Substanz zu schützen. Der ETF, der veroptioniert einfach, der schüttet die vereinnahmten Prämien aus. Ob der Kapitalstock da langfristig erhalten bleibt, das ist dann einfach nur Glückssache, beides hat Vor- und Nachteil. Ich fühle mich da aber ehrlich gesagt mit der aktiven Variante wohl. Ich kann aber auch die gegenteilige Einschätzung in gewisser Weise verstehen. Und als abschließendes Auswahlkriterium meinerseits würde ich noch sagen, dass generell die Anlageklasse mit den Covered Call zusammenpassen muss. Also Anleihen und Covered Calls halte ich persönlich für keine gute Kombination. Ich wurde jetzt auch in letzter Zeit zweimal auf ein entsprechendes Produkt angesprochen, was Treasury Bonds mit Covered Call kombiniert. Und das halte ich ehrlich gesagt für eine toxische Mischung, weil Treasuries ja keinen positiven Kurserwartungswert haben. Man wird aber umgekehrt immer mal wieder Verluste einfahren. Heißt, wenn alle Prämien ausgeschüttet werden, hat dieses Produkt auf jeden Fall ein hohes Potenzial, langfristig immer weiter gegen Süden zu fallen. Also die Anlageklasse sollte schon mit den Optionen zusammenpassen. Deine Nutzung hattest du schon gesagt, ich nutze die ja, weil ich nicht selber Optionen handel, nutze ich die ganz gerne, die Covered Call Fonds in begrenztem Umfang. Ich habe mir da einen Maximalwert im Portfolio festgelegt von etwa 20 Prozent und diversifiziere aber auch innerhalb der Covered Call Fonds dann wiederum über verschiedene Ansätze für verschiedene Sektoren, weil jede Covered Call Strategie auch ihre eigenen Stärken und Schwächen hat. Halte ich als Ergänzung für Einkommensinvestoren für sehr interessant, weil überwiegend unkorreliert, was die Einnahmen angeht. Ich würde aber nicht 50 Prozent meines Vermögens in entsprechende Fonds anlegen aufgrund der vorhandenen Risiken. Apropos Nutzung, jetzt haben wir ja sehr viel über Covered Call Fonds gesprochen, aber eine Information sind wir noch schuldig, weil die kommt natürlich auch immer wieder und die Frage kommt ja auch immer wieder, nämlich wie erkenne ich einen solchen Fonds eigentlich? Und es gibt natürlich einige Namenskomponenten und wenn die auftauchen, dann handelt es sich in der Regel um ein Covered Call Fonds und zu diesen Begriffen gehört zum einen natürlich der Begriff Covered Call, wenn der im Namen auftaucht, dann ist klar, dass hier Call-Optionen geschrieben werden auf einen Wertpapierbestand. Des Weiteren ist ein verbreiteter Name Buy Write, ist ein bisschen synonym zu Covered Call, also Buy und Write, das heißt also Werte, die ich eingekauft habe und darauf dann Optionen geschrieben habe. Ein anderer Begriff, der hin und wieder im Namen auftaucht, ist Override und ein vierter Begriff ist Enhanced, also häufig in Kombination mit Enhanced Dividend oder Enhanced Capital oder Enhanced Income, also im Prinzip gehebeltes Einkommen oder gehebelter Gewinn und diese vier Begrifflichkeiten sind Indikatoren dafür, dass es sich in der Regel um einen Covered Call Fonds handelt. Gewissheit habe ich natürlich immer nur dann, wenn ich mir das Papier angucke. Luis, dann wollen wir doch gleich mal sehen, ob sich auch dein Fonds so erkennen lässt, weil meiner hat nicht das schöne, eines dieser schönen Kürzel im Titel. Ja, Anton, in der Tat lässt sich mein Hochdividendenwert des Monats genau daran erkennen. Es handelt sich um den Blackrock Enhanced Capital and Income Fund. Tut mir Blackrock ist, wie das vorletzte Mal. Aber der passte halt gut ins Konzept. Warum erläutere ich gleich. Das Kürzel lautet CII, handelbar ist er an der New York Stock Exchange. Es handelt sich um einen Closed End Fund. Und die Besonderheit ist hier tatsächlich, der ist schon relativ alt, auf jeden Fall vor der Weltfinanzkrise aufgelegt, in den USA domiziliert und hier mit einem Volumen von also einem Börsenwert von 789 Millionen US-Dollar ja auch schon ein Schwergewicht. Das heißt, wenn ich hier investiere, habe ich auch zumindest eine gewisse Sicherheit, dass der nicht Mangelsmasse aufgelöst wird. Netto Inventarwert aktuell 831 Millionen US-Dollar. Also hier kann auch nochmal mit Abschlag erworben werden. Und wieso der und keine anderen? Und zwar, ich habe mal Folgendes gemacht, die Adressen der beiden Seiten, die ich jetzt gleich nenne, die werden wir auch erwähnen, nämlich von NuWin, dem Fondsanbieter, gibt es ja die bekannte Seite cfconnect.com, dort lassen sich sehr gut Closed and funds filtern und der amerikanische Markt listet mir in dem Fall eben 24 Closed End Funds auf. Und was ich mal gemacht habe, ist tatsächlich am heutigen Tag alle durch den Return Calculator von Dividend Channel durchzujagen und zwar eben auf maximale Laufzeit beziehungsweise ich habe es dann glaube ich eingeschränkt, damit ich möglichst alle abdecke ab dem Jahr 2006, 1. 1. Jahr 2006 und verglichen direkt 1 zu 1 tatsächlich mit dem SPY, also einem ETF auf den S&P 500 und diesen Return Calculator kann jeder nutzen unter dividend channel.com Schrägstrich DRIP minus Returns minus Calculator und damit lassen sich ganz schöne Vergleiche anstellen. Ja, wie gesagt, ist natürlich alles immer ein bisschen mit Vorricht zu genießen, aber mir ging es tatsächlich mal darum, so einen Langfristvergleich hinzubekommen mit diesen 24 Closed End Funds und insgesamt war die Marktauswertung nicht so ganz erquicklich, denn über die Hälfte der hier gelisteten 24 Closed End Funds haben eine Performance, die oder über die Gesamtzeit kommt ja auf einen Endwert, der mindestens 25% unter dem des S&P 500 ETFs liegt, teilweise sogar nur ein Drittel davon, also die sind dann tatsächlich vor allem nach der Finanzkrise nicht wieder hochgekommen. Ein Viertel der Closed End Funds, die liegen in etwa auf Augenhöhe mit dem S&P 500 und zwei haben tatsächlich über die Gesamtzeit den S&P 500 in Anführungsstrichen geschlagen. Ich weiß, es ist natürlich ein selektiver Zeitraum, in anderen Zeiträumen sieht es wieder anders aus, aber hier haben wir tatsächlich mal so einen Langfristvergleich über 16 Jahre und der eine davon ist der besagte QQQX, den wir in Folge 34 vorgestellt haben, der hat pro Jahr in dieser Zeit 0,8% Rendite mehr erwirtschaftet und der zweite, das ist eben der besagte Enhanced Capital Income Fund über die 16 Jahre. Und was ist das für ein Fonds? Tatsächlich kann man sagen, ist das ein Abbild des S&P 500, allerdings etwas ausgedünnt, der hat 51 Positionen im Portfolio, aber hier die klassischen Werte Microsoft, Amazon, Alphabet, Apple, Berkshire, Visa, Comcast, das sind so die typischen Werte in der Top 10, also sehr sehr hier orientiert am S&P 500. Und hier auf dieses Portfolio werden eben laufend Optionen geschrieben, wobei auch hier das Management eben aktiv ist, das heißt, es obliegt denen Optionen zu schreiben oder nicht und auch den Grad der Veroptionierung des Depots zu wählen. Das ist bisher ganz passabel gelungen. Aktuell schüttet der Fonds knapp 10 Cent pro Monat aus. Dieses Niveau hält er jetzt seit 2019 stabil, wobei man hier natürlich auch, wir haben es ja gesagt in der Folge, einen solchen Covered Call Fonds nicht vergleichen kann, was die Ausschüttung angeht, mit einem klassischen Dividenden Fonds, weil so ein Covered Call Fonds natürlich von der Volatilität abhängig ist. Das heißt, hier haben die Ausschüttungen in der Vergangenheit immer mal wieder deutlich geschwankt. Das geht halt eben nicht anders, weil tatsächlich das Haupteinkommen neben Kursgewinnen dieses Fonds eben Prämieneinnahmen sind. Das heißt, auf dem jetzigen Niveau beträgt die Dividendenrendite 6,7 Prozent, die Ausschüttungsquote 66 Prozent, also zwei Drittel der Erträge wurden jetzt im vergangenen Jahr ausgeschüttet. Ein Drittel blieb drin. Über die letzten fünf Jahre war die Steigerungsrate der Dividende im Schnitt bei 3,7 Prozent. Angenehm finde ich auch, dass der Fonds ohne jedes Fremdkapital arbeitet, also die Verschuldungsquote beträgt 0 Prozent. Der Maximalverlust im Jahr 2008 bei der Lehmann-Pleite 58,6 Prozent, also da ist schon heftig runtergegangen. Und wenn wir jetzt noch mal gucken, die Dividendenrendite, dann schwankte die tatsächlich 2021 beispielsweise im Schnitt 5,28 Prozent, also ein Jahr mit sehr niedriger Volatilität, entsprechend niedrige Prämien-Einnahmen, entsprechend niedrige Dividendenrendite. Im Jahr 2008, wo der Kurs zum einen massiv nach unten gegangen ist und zum anderen die Volatilität massiv angestiegen ist, hat der Fonds gigantische Prämien-Einnahmen erzielt und die ja letztendlich die Rendite betrug dort 57,7 Prozent. Also schon ganz schönes Pfund, aber wie gesagt, das relativiert sich natürlich eben wieder durch den gefallenen Kurs. Ja, apropos Kurs, die Kursentwicklung ist auch einer der wenigen Covered-Call-Fonds, der über lange Sicht zu einer stabilen Kursentwicklung gefunden hat, wurde 2005 war jetzt die älteste Kursnotiz, die ich gefunden habe, bei 19 Dollar, 2008 mehr oder weniger, hatte ich ja gesagt, 58 Prozent runter, ja, da waren wir dann so bei gut 9 Dollar, ja, 2021 dann bisher höchste Kurs 22,12 US-Dollar und aktuell notiert dabei 17,88 US-Dollar und auf der Basis ist dann eben auch die Renditeberechnung erfolgt. Also, mein Fazit, der BlackRock Enhanced Capital in Income Fund ist im Prinzip ein abgespeckter S&P 500 mit Ausschüttungskomponente und eignet sich dann genau für die Anleger, denen der S&P 500 beispielsweise nicht genug ausschüttet und in der Gesamtwertung gibt es von mir 8 von 10 goldene Eier legenden Gänse für die Anlagestrategie, weil die natürlich, über die hängt das Damoklesschwert des Management, hier insbesondere in der Optionskomponente gibt es ein bisschen Abzug, die Dividendenserie, die mäßige Kursentwicklung und eben der Maximalverlust jeweils gelbe Kacheln und gibt in Summe 2 Punkte Abzug, aber ich denke mit 8 von 10 Punkten ist das immer noch ganz ordentlich und innerhalb der Kavad Call-Fonds sicherlich ein Wert, der in die Betrachtung gezogen werden kann, bei Anlegern, die in diesen Bereich investieren möchten. So viel zu meinem HDWDM und jetzt Anton bin ich ganz gespannt, was du uns feines mitgebracht hast. Luis, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass der heutige Titel, den ich mitbringe, dass der bei deiner Recherche bei CF Connect nicht angezeigt wurde, weil der wäre sonst sicher unter den Top-Positionen gewesen, in der Auswertung, was Performance angeht, dazu aber gleich noch mehr. Was wir nach der heutigen Folge auf jeden Fall gemerkt haben, oder was man mitnehmen sollte, ist, dass es bei Covered Call nicht das eine gibt, den pauschalen Weg, den man einschlagen kann, dann laufen die Ergebnisse, nein, es kommt durchaus drauf an, welches Underlying hat man und wie kombiniert man das mit Optionen, in welchen Phasen macht man das aus, in Summe Sinn, sich an die Marktbedingungen dynamisch anzupassen und der auf seine ganz eigene Weise versucht, sich dynamisch ans Marktumfeld anzupassen, das ist der Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund, der verfolgt eine regelwerkbasierte Covered Call Strategie, hat er wie schon erwähnt, kein Enhanced und kein Buy Right Namen, aber macht das tatsächlich als Basis für diese Optionsgeschäfte fungiert erstmal ein, wie das Management das Ganze nennt, ein High Conviction Portfolio aus Technologie Unternehmen, in der Praxis heißt das, man hat hier ein Portfolio, was überwiegend innerhalb des Technologie Sektors positioniert ist, aber innerhalb des Sektors liegt nochmal ein Schwerpunkt auf profitablen Unternehmen, auf relativ gesehen zumindest günstig bewerteten Unternehmen, also wir haben hier keine DoorDash Aktien, Louis, ich weiß gar nicht, wie die aktuell stehen, aber das sind hier auf jeden Fall eher profitablen, sowas wie Apple, Microsoft mit tendenziell etwas niedrigeren KGVs und auf dieses Portfolio schreibt das Management des Columbia Fonds nicht direkt Covered Cores, sondern wir haben hier nochmal so einen Spezial Fonds, wie man eine Optionsstrategie umsetzen kann, und zwar hat das Portfolio, was der Fonds hält, das hat ja eine hohe Überschneidung mit dem Nasdaq 100 Index, beziehungsweise dem entsprechenden ETF, dem QQQ, und was macht der Fonds? Der schreibt nicht auf die einzelnen Positionen Call-Optionen, sondern der schreibt auf den Nasdaq ETF Call-Optionen heißt, das ist nochmal ein bisschen anders, als direkt auf die gehaltenen Einzelwerte Optionen zu schreiben, solange die gehaltenen Einzelwerte und die Sammelanlage, auf die man dann Optionen schreibt, solange es da eine hohe Überschneidung gibt, was jetzt hier der Fall ist, ist das Ganze relativ risikoarm, wenn man hier ein Portfolio aus US-Growth Aktien hat und man verkauft Call-Optionen auf einen Korea-Index, dann wäre das sehr riskant, aber in dem Zusammenhang dient das auch der Vereinfachung des Gesamtansatzes und was ich ganz besonders interessant finde bei dem Titel, ist eben die regelwerkbasierte dynamische Anpassung der Veroptionierung an das sonstige Marktumfeld, was ich ja auch nicht so mag, was ich versuche zu eliminieren Management Willkür, dass das Management einfach nach gut dünken den Veroptionierungsgrad hoch und runter fährt von 0 auf 100, das mag ich persönlich in meinem eigenen Depot nicht, da finde ich solche Titel wie den Columbia Selling Premium Technology Growth Fund deutlich interessanter, der koppelt nämlich den Veroptionierungsgrad direkt an den Indexstände beim VIX, beim VIX, Volatilitätsindex und das sieht dann so aus, dass bei einem VIX-Stand von 17 oder weniger, dann liegt der Veroptionierungsgrad bei nur 25%, solche Phasen mit niedriger Volatilität gehen dann häufig mit steigenden Aktienkursen einher und je höher der VIX-Index-Stand ist, desto höher ist der Optionierungsgrad, das geht bis 90 hoch, also bei dem VIX von 55% und mehr, was dann beispielsweise die Indexstände in der Finanzkrise, in der Weltfinanzkrise waren oder im Shutdown-Crash waren, in solchen Extremsituationen geht das bis auf 90% hoch, stückweise adjustiert, regelwerkbasiert und über 55% kann man dann aber doch wieder sehr dynamisch anpassen und wenn dann die Volatilität zurückgeht, dann wird auch automatisch der Veroptionierungsgrad zurückgefahren und in der Praxis hat man eben, wenn man den VIX-Index in der Vergangenheit ansieht, hat das dazu geführt, dass häufig bis kurz vor den Tiefstkursen dann sehr viele Optionen geschrieben wurden und dann die anschließenden steigenden Kurse, die häufig mit einer niedrigen, relativ niedrigen Volatilität einhergingen, dass man dann den Veroptionierungsgrad zurückgefahren hat. Das finde ich zumindest, wenn man sagt, die Vergangenheit wird auch ungefähr, die Zukunft wird auch ungefähr wie die Vergangenheit aussehen bei der Volatilität, wenn man das so sieht, dann ist das ein sehr, sehr interessantes regelwerkbasiertes Covered-Core-Modell, was sich ja auch im sehr, sehr guten Total Return niedergeschlagen hat. Dieser ist nämlich so gut, dass wir es hier bei diesem CEF mit dem bestperformensten US-CEF der letzten zehn Jahre zu tun haben. Also nicht nur der beste unter den Covered-Core-Fonds, sondern auch der beste gesamt im US-CEF-Universum. Die jährliche Durchschnitts- Jahresrendite liegt bei 17,7%. Also das waren schon stattliche Nachkostenergebnisse. Und das wohlgemerkt nach den herben Kursrückgängen, die es in diesem Jahr bei den Technologieunternehmen gab. Das sah davor natürlich noch deutlich besser aus. Kommen wir kurz noch zur Cash-Ampel. Der Fonds ist in den USA domiziliert. Aufgelegt wurde er im Jahr 2009. Erhält momentan 66 Einzelpositionen und das bei einem Bruttovermögen von 400 Millionen US-Dollar. Man hat auch hier wie beim BlackRock von dir auch keine Schulden. Das ist sowieso gängig bei Covered-Call-Fonds. Dementsprechend ist der Netto-Inventar-Wert auch 400 Millionen US-Dollar. Der Börsenwert liegt bei 426 Millionen US-Dollar und daraus ergibt sich, dass dieser Top-Performer auch eine sehr hohe Bewertung hat von in dem Fall 6,5 Prozent Agio. Also aktuell würde ich persönlich in den Titel nicht einsteigen. Den gab es auch schon mal zu Discounts. Die Management-Kosten liegen bei 1,13 Prozent. Bei so einem sehr interessanten Produkt halte ich das persönlich für vertretbar. Da muss natürlich jeder selber schauen, wie er das sieht. Ausgeschüttet wird hier quartalsweise und das trotz Agio bei einer aktuellen Barrendite von 6,98 Prozent, also knapp 7 Prozent. Steigerungsrate, die liegt bei 0. Wir hatten zwischendrin mal Sonderausschüttungen, ansonsten ist aber die Zahlungsserie seit Auflage konstant. Dementsprechend auch im Shutdown-Crash keine Kürzung. Die Kursentwicklung war durchaus positiv und trotz des Tech-Crashs in diesem Jahr sind wir immer noch, was die NAV-Entwicklung angeht, immer noch deutlich ein Plus und in Summe, wenn ich kleinere Abzüge berücksichtige, wie die Überbewertung, wie die nicht vorhandene Zahlungssteigerung und auch noch den relativ hohen Kurs-Drawdown, in Summe sind das dann 8 von 10 goldene eierlegende Gänse und ja, in Summe ist das für mich ein sehr schönes Beispiel, wie gut man doch mit Covered Call performen kann und in dem Fall würde ich auch sagen, hier hat man es nicht mit einem Cherry Picking zu tun, der zufällig gut gelaufen ist, sondern der Fonds arbeitet mit statistischen Daten, wie sich der Wix im Verhältnis zu den Kursen entwickelt und hat darauf aufbauend eine Strategie entwickelt und die performt gut, finde ich persönlich sehr interessant, jetzt würde mich natürlich noch interessieren, Luis, was du von dem Titel hältst, ach, bevor ich es vergesse, noch das Börsenkürzel, das ist STK, gehandelt wird der Titel an der New York Stock Exchange, nicht zu verwechseln mit Tanger Factory Outlets, die haben ja SKT, aber Luis, was hältst du von dem Titel und dann können wir die Anleger in die Weihnachtszeit verabschieden. Das hört sich für mich nach einer möglichen Alternative zum Novenen Nestec Fonds an, den wir jetzt ja auch schon zweimal erwähnt haben und eben auch aufgrund der Techniklastigkeit und ja, ich denke mal letztendlich ist es dann ein Stück weit Geschmackssache, ob man dann eher den nimmt oder eher den anderen. Also ich denke mal, die nehmen sich da jetzt nicht so viel. Auf jeden Fall meiner Meinung nach zwei geeignete Titel, um in ein einkommensorientierten Portfolio den Bereich Technologiewerte abzudecken. Und damit kommen wir letztmalig in diesem Jahr zur üblichen Belehrung im Beritt, nämlich erstens der Handel mit Wertpapieren ist mit Verlust behaftet, gilt natürlich auch für Covered Call Fonds. Zweitens übernehmen wir keine Haftung für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung der Information in diesem Podcast resultieren. Drittens für die Aktualität und Korrektheit und Vollständigkeit der Information können wir keine Gewähr übernehmen. Viertens sind unsere Aussagen keine Anlageempfehlungen, sondern unsere persönliche Meinungsäußerung. Und fünftens, auch das haben wir mehrfach betont, sind wir in diesem Segment selber investiert und somit bestehen grundsätzlich Interessenskonflikte. Wenn ihr jetzt noch über die Weihnachtszeit Fragen, Sorgen, Nöte oder Verbesserungsvorschläge für 2023 habt, wir freuen uns über die Rückmeldung, die dazu beiträgt, unser Format zu verbessern oder noch enger an euren Wünschen auszurichten. Nutzt hierzu gerne die Kommentarfunktionen direkt unter der Podcast-Folge oder schreibt uns eine Mail an einkommensinvestoren at nurbaresistbares.de Und wenn ihr keine Folge verpassen möchtet, dann könnt ihr den Einkommensinvestoren-Podcast direkt abonnieren oder ihr folgt uns einfach über einen unserer Kanäle, wo wir die Folgen auch immer annoncieren. Das war es, nicht nur für heute, sondern für das Jahr 2022. Ich wünsche eine gesegnete Weihnachtszeit, kommt gut in das neue Jahr und möge selbiges ertragreich sein. Euer Luis. Auch ich wünsche euch natürlich eine frohe Weihnachtszeit, einen guten Start ins neue Jahr und ansonsten wie üblich ein glückliches Händchen beim Investieren und viel Freude mit den vereinnahmten, gegebenenfalls sogar Covert-Call-Ausschüttungen. Euer Anton. SENSHA Und SENSHA BAS mess주 SENSHA MIT